Hallo liebe Spielende, hier ist wieder GaryMetatron mit einem neuen Video zu World of Warcraft. Heute machen wir die Quest Bringer des Lichts weiter. In den letzten Let's Plays habe ich ein Lichtobjekt gefunden und das wird er jetzt untersuchen. Aufbrechen, jetzt! Erklärungen folgen auf dem Weg. Sagt mir, wenn ihr bereit seid. Aber bitte, beeilt euch! Wir wollen nun zum Sitz der Naru. Das ist irgendwo hier in dem Dungeon. Und ich würde sagen, wir sind bereit. Wir haben genug gequatscht. Was ihr mir da gebracht habt, nennt sich Herz des Lichts. Es ist der Kern aller Empfindung des höchsten Naru. Xera, sicher eingeschlossen in diesem Kern, liegt Weisheit, Wissen, unschätzbar in unserem Kampf gegen die Legion. Und doch, nur ein Abkömmling von Xera ist fähig, den Kern zu öffnen. Darum wurdet ihr geschickt, Champion. Der letzte aus Xeras Linie, Oros, weilt ungeschützt im Herzen der Exotar. Zerstören sie, Oros, sind die Informationen im Herzen des Lichts für immer verloren. Für einen Propheten sind eure Vorhersagen recht armselig. Ha! Wenn man darauf einlegt... Na, der Sound war ja gerade nicht so sehr abgestimmt, aber das hier ist ja mal cool, dass er hier so richtig anfängt zu putzen. So würde ich auch gerne mal durch meine Wohnung gehen. Dann wird das alles viel einfacher sein mit dem Aufräumen und so. Aber wo gehen wir denn jetzt hin? Wir gehen jetzt irgendwie zu diesem Xoro oder so. Zu diesem, ja, gottgleichen Wesen und lassen uns von dem erklären, was dieses Lichtdingen ist, was der da immer noch auf dem Arm hat. Mein Gott, was ist das hier für ein Weg nach unten. Noch sollen wir mit dem Propheten sprechen am Sitz der Nauru. Ah, hier sind wir jetzt auch. Wir haben es rechtzeitig geschafft, bei der glorreichen Gnade des Lichts. Ich werde Oros heilen. Dann wenden wir uns Rakisch zu. Ihr habt verspielt, Rakisch. Oros ist erneuert. Und jetzt werdet ihr euch für eure Gräueltaten verantworten. Ah, die unseligen Helden sind hier. Es scheint, ihr habt mich geschlagen, Velen. Doch bevor ich kapituliere und mich dem Urteil des Lichts überantworte, muss ich noch eine letzte Sache erledigen. Kann man wahrhaft siegen, ohne je übersiegt worden zu sein? Kommt, stürzt, sterbt. Hochgeneral Rakisch hat wohl eine kleine Verstärkung geholt. Dafür hat er Oros wohl beobachtet. Wir müssen uns gegen die Legion verbinden. Jedenfalls sah es so aus. Und jetzt kommt hier auch noch gerade einiges aus meiner Ordenshalle dazu. Hier sind meine zwei Champions schon mal dabei. Kalikos und Modera. Im Anwesen meines Meisters glimmen die verbrannten Überreste tausender Welten. Ich bin hier, um euch euren Platz in den Ruinen von morgen zu sichern. So viel wie die quatschen kann ich ganz schlecht mitkommentieren, aber ich versuche es auf jeden Fall, auch wenn er ab und zu mal so ein bisschen überlappt das Ganze mit den Gesprächen von den NPCs. Und was haben wir jetzt hier? Jetzt haben wir 10% geschafft. Der sitzt hier in seiner Riesenmaschine noch immer. Und uns helfen die anderen. Das ist ja schon mal cool zu wissen. Ja, ich bin noch immer auf Frostmagier. Ich habe noch immer den Schwarzfroststab dabei. Ich werde in Zukunft wechseln. Irgendwann werde ich auch den Feuermagier spielen. Aber im Moment komme ich noch ganz gut mit dem Frostblitz klar und so weiter. Das Problem ist, das macht nicht viel Damage. Man hält zwar viel aus, weil man hat ja dann auch immer den Elementar dabei. Und man kann sich also doch relativ gut schützen. Aber ja, das Problem ist halt, man macht halt nicht viel Schaden. Und ja, ein Magier sollte ja eine Glaskanone sein. Im Solospiel ist das zwar nett, aber dauert auch länger so ein Kampf, als wenn man Feuermagier wäre. Wie gesagt, beim nächsten Mal seht ihr, ja, beim nächsten Mal noch nicht, aber ein paar Let's Plays seht ihr dann, wie ich als Feuermagier unterwegs bin. Okay, der hat jetzt mittlerweile die Hälfte runter. Das ist ein ziemlich harter Brocken und da musste ich mich jetzt auch mal gerade ein bisschen schilden. Ja, in den Eisblock. Also schilden meine ich, ne? Schutzschild und so. Eisblock halt. So, und jetzt kriegen wir ihn jetzt langsam mal down, ja. Jetzt haben wir ihn schon auf 30%. Das sieht doch schon mal super aus. So, kriegt er noch eine Frostbombe. Und jetzt mal hier der dicke Schwachsblitz. Ihr denkt, ihr habt gewonnen? Ihr werdet erfahren, wie eine Niederlage schmeckt. Und wenn es meinen Tod bedeutet. Von Autos kommt Verdammnis über euch. Schon bald hat der Vernichter genug Kraft, um die Energie eines kollabierenden Sterns freizusetzen. Wo wir stehen, wird nichts als Asche bleiben. Wir sollen einhalten, aber Kaliklos sagt, er hat uns keine Wahl gelassen wählen. Wenn wir die Maschine nicht zerstören, wird diese Ordnung und jede lebendlose Seelige vernichtet werden. Muss ich euch aufhalten. In meinen letzten Momenten werde ich eure Gesichter vor mir sehen. Als letzte kawälende Erinnerung. Bevor ich in das Nichts eingehe. Ich heiße es willkommen. Ihr habt mich gefragt, ob ich das vorhersah, mein Kind. Ich habe es gesehen. Doch bis zu diesem Moment habe ich es nicht verstanden. Zu einer Zeit, die jetzt nur noch der Hauch einer Erinnerung ist, hatte ich einen Sohn. Am Tag seiner Geburt hatte ich eine Vision. In dieser Vision hielt ich weinend einen sterbenden Ereda in meinen Armen. Sein Körper war von Wunden und Teufelsmagie entstellt. So wie ihr nun. Doch ich begrub diese Vision in den Tiefen meines Herzens, nachdem Kil'jeden mir meine Familie nahm. Für Äonen blieb sie dort verschlossen. Endlich verstehe ich es. Jetzt, wo ich euch in meinen Armen halte. Hier gibt es nichts mehr für euch. Nehmt das Herz des Lichts und kehrt zu Khadgar zurück. Sagt ihm, das Licht ist hier und heute erloschen. Lebt wohl. Und damit haben wir dieses Szenario jetzt endlich abgeschlossen. Und können wohl dieses Teil jetzt mitnehmen. Irgendwie geht das nicht aktiv, aber wir haben ja hier einen Poch da. Jetzt geht es wieder zu Khadgar. Und der gibt uns natürlich jetzt eine fette Belohnung, hoffe ich mal. Ein schönes Rüstungsteil, viel Exp und Gold und alles, was er uns so geben kann. Ja, hier sind wir jetzt unter Dalaran in der Zitadelle. Irgendwo hier müsste er jetzt sein. Och, hier unten sind sie alle versammelt. Ne, in Dalaran, nicht unter Dalaran. So, reiser. Bringer des Lichts. Jawohl, wir können uns sogar eine Belohnung aussuchen. Also, Velens Sohn war das wohl gerade. Velen ist jetzt natürlich ziemlich fertig. Dieser Bastard hat 13.000 Jahre auf seine Rache gewartet. Hört sich auch mal interessant an. Ja, die Geschichte muss man natürlich komplett mitbekommen. Am besten lest er euch die Texte mal durch. Auch wie ich die Quest angenommen habe. Das war vor zwei, drei Let's Plays. Also, das war jetzt schon eine bisschen umfangreiche Geschichte. Aber gehört halt hier einfach mit zu Legion dazu. Und jetzt, was kriegen wir hier? 743er. Jawohl, das ist ja richtig eine Steigerung. Das sind fast, ja, 40 Punkte Steigerung. Boah, Hammer. Jo, ja, das sind 40 Punkte, ne? 703 zu 43. Ja, auf jeden Fall. Und die Bürde des Lichts platziert das Herz des Lichts in eurer Ordenshalle. Jetzt kann ich das Teil in unserer Halle packen oder in meiner Halle packen. Ihr könnt dann auf jeden Fall auch demnächst mal anschauen, wie das aussieht. Da bin ich mal ganz nett und mache da auch mal ein Let's Play von. Und ich denke, da wird auch noch so die eine oder andere Quest folgen. Nur das Teil jetzt in die Halle zu packen, wird es wohl nicht sein. Also, da wird wohl noch mehr passieren. Das haben wir auf jeden Fall in Suramar im Wasser gefunden. Ihr seid unsere Letzte. Unsere größte Hoffnung. Jetzt haben wir es auf jeden Fall. Und was haben wir hier? Den Himmelsadmiral. Ich muss nämlich nach Sturmheim. Das hier ist das schlagkräftigste Schiff der Flotte. Und Sturmheim habe ich nämlich als nächsten Bereich nach Asuna ausgewählt, dass ich den jetzt angreifen will. Boah, guck mal, wie viele Feuermagier hier rumlaufen. Die ganzen Kügelchen sind alle von diesem Philomaron oder so, von diesem Schwert. Wie viele hier mit Feuermagier rumlaufen. So, und jetzt wie versprochen zeige ich euch, wie wir hier das Herz des Lichts hinpacken. Gibt es auch nochmal 17 Gold für und EP. Jawohl, und damit haben wir eine Quest wieder fertig. Sehr schön, da müssen wir also ein bisschen was schaffen, damit wir auch verschiedene Stile vom Artefakt freischalten. Und hier seht ihr, hier fehlt jetzt noch ein Punkt. Dann kriegen wir neue Farben für unser Artefakt. Dann können wir das ein bisschen anpassen. Und jetzt liegt das hier in unserer Ordenshalle. Die Ordenshalle verändert sich immer mal wieder, je nachdem, was man freischaltet und was man Neues bekommt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir doch noch kurz nach Sturmheim und schauen uns mal an, wie da die Quest so beginnt. Ja, im Moment können wir hier keinen losschicken. 30% ist ein bisschen zu wenig. Das lassen wir mal schön bleiben. Und gehen jetzt nach Sturmheim und schauen uns mal an, wie wir dort anfangen. Und hier beginnt die Quest. Eine königliche Vorladung verwendet die königliche Vorladung und folgt Himmelsadmiralin Rogers durch das Portal zum Hafen von Sturmwind. Wir fahren also in Sturmwind los, wie es aussieht. Erfüllt eure Pflicht, Soldat. Jetzt müssen wir also zum Anfang... Wie ist die Lage? Das ist ja mal wieder witzig. Für die Allianz. Was sie redet. Die Himmelsfeuer begibt sich auf eine äußerst wichtige Mission. Ich muss euch bitten, sie zu begleiten. Meldet euch so schnell ihr könnt im Hafen von Sturmwind. Ich habe ihnen befohlen, keinesfalls ohne euch abzulegen. Ich vertraue darauf, dass euer Mut und eure Verschwiegenheit wie immer der Allianz dienen. Hochachtungsvoll, König Anduin Wren. Folgt mir. Die Himmelsfeuer wird jeden Moment ablegen. Cool. Jetzt haben wir nochmal was von Anduin gehört. Der ist ja in Sturmwind. Kann zu Frieden führen. Und jetzt gehen wir hier durch dieses Portal sofort zur Himmelsfeuer. Jo, und dann fliegen wir wohl mit dem Ding nach Sturmwind. Sturmheim. Sturmhelm. Oh mein Gott. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie das neue Gebiet heißt, wo wir hin müssen. Genau, wir fliegen auf jeden Fall in Sturmwind los. So, hier haben wir sie auch. Wie ist die Lage? Dann wollen wir uns doch mal vorbereiten. So, Inspektion. Jetzt werden wir uns also hier mal gerade die Himmelsfeuer anschauen, damit wir dann auch ablegen können. Dafür gehen wir mit ihr mal eine Runde hier übers Schiff. Und los geht's. Sturmheim birgt eine der Säulen der Schöpfung. Die Ägis von Agramar. Legenden der Vrykul erwähnen eine Prüfung. Besteht man sie, erweist man sich würdig und hat Anspruch auf die Ägis. Eindrucksvoll nicht? Die neuen Kanonen können einen Bühwahn aus 300 Metern bei voller Geschwindigkeit zerlegen. Nur zu, seht sie euch an. Ja, jetzt machen wir uns mit den richtigen Geschossen hier mal bekannt. Hallöchen, ich bin der Gary. Jawoll, du feuerst gut. Und weiter geht's schon, sie läuft schon weiter. Unser offizieller Befehl lautet euch nach Sturmheim eskortieren und euren Erfolg bei dieser Prüfung sichern. Inoffiziell haben wir allerdings eine andere Mission. Okay, wir suchen die Säule, das weiß ich. Aber was meint sie denn jetzt für eine Mission? Ach, keine Ahnung. Oh, hier stehen wieder ein paar Leute parat. Die siebte Legion. Die härtesten Männer und Frauen, die die Allianz zu bieten hat. Sie sind auch auf direktem Befehl des Königs hier. Na, dann wollen wir doch mal salutieren. Vor drei Tagen hat die Flotte der Verlassenen von Durotha aus Segel gesetzt und steuert die verhärten Inseln an. Wir vermuten Sylvanas Windläufer selbst an Bord. Wir sollen sie aus sicherer Entfernung ausspähen. Wir haben Feuerfreigabe, aber nur wenn es die Situation verlangt. Ich ahne bereits, die Situation wird es verlangen. Ah, wir sollen die Horde ausspionieren. Das will ich hoffen. Das hört sich ja auch mal interessant an. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen. Bitte, macht es euch bequem. Und bei Gen Graumäne geben wir die Quest jetzt ab. Und dann geht es wohl los nach Sturmheim. Ja klar kämpfe ich auf eurer Seite. Ist doch wohl logisch. Ich bin ganz gespannt, was jetzt passiert. Es geht jetzt wohl mit dem Flugzeug los Richtung Sturmheim. Erst fliege ich von Dollarhagen hier hin zurück. Jetzt fliege ich wieder hin. Ist ja auch ein bisschen verrückt, ne? Aber egal. Okay, Graumänes Schachzug. Da haben wir also auch wieder eine Belohnung für uns. Aber das sehen wir erst im nächsten Let's Play. Wie jetzt der Anfang und der Kampf in Sturmheim laufen wird, das bleibt jetzt noch offen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Bis dahin. Bye, bye. Bye, bye.